So, herzlich willkommen jetzt zum vierten Road to 10 Million Vlog. Dieses Mal im Querformat, der Christian ist hier auch am Start, hat mir ein paar Pakete und Co. gebracht und ich habe ihm gezeigt, wie er vielleicht auch einen Weekly Vlog machen kann. Aber das müssen wir dir mal einrichten. So, es wird gerade ultimativ gearbeitet, denn es werden Videos aufgenommen. Ich habe jetzt schon 10 von 13 der Videos für die Videoreihe zum Vermögensaufbau aufgenommen und die werden jetzt abgeloadet, damit sie geschnitten werden und drei muss ich noch aufnehmen, um diese Videoreihe zu beenden und gleichzeitig ist auch schon der Vlog online gekommen. Das ist noch der Hochformat-Vlog und dieser ist ja jetzt im Querformat. Schreibt bitte, 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 bitte unten in die Kommentare rein. Querformat oder Hochformat? Was gefällt euch mehr? Einfach nur Querformat, Hochformat in die Kommentare reinschreiben und dann werde ich mal so ein bisschen gucken, was gefällt euch mehr und die Community am Ende des Tages natürlich hat da wirklich riesigen Einfluss drauf, wie dieses Weekly-Vlog-Format voranschreiten wird. Darum unten reinschreiben. Bitte, bitte, nehmt euch die Zeit, denn das hilft ungemein, um einfach zu eruieren. Was gefällt euch mehr? Ja. Arbeite! Arbeite! Go, go! Arbeiten! Evidenz! So, gerade in der Tiefgarage, das Licht ausgegangen. Wir waren zu langsam. Sehr gefährliche Angelegenheit. Da könnte doch jemand von hier herauskommen und uns angreifen. So, heute Paket angekommen. Hört sich sehr leer an, das war so im Briefkasten. Wir hoffen natürlich, dass nichts geklaut worden ist. Ich denke es nicht, weil... Und ich zeige es euch, wo ich das bestätigt habe. Weil... Das immer so eine Sache ist bei dem... Anbieter. Ja, also ich hoffe, das sieht man jetzt hier nicht. An der Stelle. Und zwar... Ich gucke jetzt hier mal grad, ist hier was drauf. Komplett. Ist alles angekommen. Nix wurde geklaut. So ein fettes Paket. Also so richtig ein fettes Paket. Und dieses kleine Ding war drum. Wieder ein kleines Weekly Update. Es wird immer besser. Und immer mehr zur Trading Card Game Wall. Es fehlt nur noch dieses Regal. Dieses, 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 dieses und dieses. Also noch sechs Regale. Und dann ist die ganze Wand voll. Neuerdings verkaufen wir hier auch einen Sparkojoten. Wie ihr seht. Der ist jetzt im Fall Scharf. Nein, jetzt haut er ab. Jetzt haut er tatsächlich ab. Das geht dann gar nicht. Dann können wir nicht mehr verkaufen. Die absolute Tour de Suisse. Ihr seht Bescheid hier. Absolut geil. Wir sehen, die ersten zwei Kandidaten sind hier durch. Und der Rest kommt hier natürlich ganz geschmeidig. Und der Rest kommt hier. So, wir sind gerade angekommen. Ich sag schon wieder mal so. Wir holen den Johannes gerade ab am Zürich Flughafen. Und dann sehen wir uns gleich mit ihm, ja, nachher im Flughafen. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Also das heißt, wieder zurück. Ist der Johannes wirklich da für den Dividendendienstag? Und dann schaut es einfach so aus. Ich meine, schaut euch mal das an. Was ist das hier für eine Bude hier? Ich bin nicht reingefotoshoppt. So Johannes, wie ist es jetzt hier in der Schweiz? Bis gestern angekommen? Gestern Trinkstream gehabt und heute? Wie steht's? Ja, noch ein bisschen müde, aber es geht. Ich finde rein in den Tag. Und wir werden so ein bisschen was schuften hier. Sehr geil. Produktivitäts-Skala 11. So, hier Johannes, was sind die ersten Eindrücke im Laden hier? Krass. Ich habe gerade schon gesagt, dreifach heftig hier. Ich meine, du bist ja der absolute Trading Card-Experte, oder? Total nicht. Aber ich bin in deinem Laden. Ich bin in deinem Laden in Zürich. Hast du den Eingang schon gesehen? Wir sind da gerade doch durchgegangen. Ja, aber so richtig angeguckt. Ich meine, guck mal. Das haben wir von Künstlern malen lassen. Alles extra malen lassen. Schaffst du ein Pokémon hier? Oder mehrere sogar? Nee, gar nicht, gar nicht. Gar keins? Das ist eine komplett andere Welt für mich. Nicht mal eines. Kennst du irgendein Pokémon? Guck mal, das ist das auf der Karte in der Mitte. Genau, ja. Aber so halt in Spezialversion. Kennst du noch eins? Äh, nee, eigentlich nicht. Vom Namen her? Ich kenne diesen Ball, diesen rot-weißen Ball, kenne ich noch. Aber ich weiß nicht. Guck mal. Da ist er. Der Pokeball. Der Pokeball. Das ist ein Schiggi. Das ist ein Glurak. Nee, Schiggi. Schiggi. Ja, und das ist ein Glurak. Schiggi hat den besten Namen. Genau. Das ist gut. Wieder eine Woche vorbei. Und ich hoffe, euch hat diese Woche der Vlog wieder mal gefallen. Der liebe Johannes war ja da. Er wird auch noch im nächsten Vlog mit dabei sein. Fürs Community-Treffen und Co. Also, wenn ihr da vorbeischauen wollt, wartet unbedingt auf nächste Woche Samstag. Macht euch noch fast gefasst. Und schreibt mir bitte gerne Hochformat oder Querformat in die Kommentare rein und vergesst nicht den Don nach oben.